NATO-Gipfel Trump verspricht sichere Hilfen für die Ukraine Die NATO-Staaten haben auf ihrem Gipfel beschlossen, der Ukraine weitere Milliardenhilfen zuzusagen, um das Land im Konflikt mit Russland zu unterstützen. Dabei soll auch sichergestellt werden, dass die Hilfe unabhängig von der zukünftigen US-Präsidentschaft ist, insbesondere falls Donald Trump erneut gewählt wird. Zudem wird betont, dass die Europäer mehr Verantwortung übernehmen sollen, um die Sicherheit und Stabilität in der Region zu gewährleisten. Dies beinhaltet unter anderem eine verstärkte militärische Präsenz in Osteuropa, um Russlands Aggressionen entgegenzutreten. Die NATO-Staaten haben sich zudem darauf verständigt, dass die Unterstützung für die Ukraine auf einem unumkehrbaren Weg ist, was bedeutet, dass die Hilfe langfristig und nachhaltig sein soll. Dies soll dazu beitragen, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu stärken und den Konflikt mit Russland zu lösen. Das war eine sehr präsenzünder. Das war eine sehr gute Frage. Vielen Dank.